Mit seiner aufwendig gesteppten Polsterung ist der Comfort Point 50 ein Highlight aus dem Hause Topstar. Die bequeme Kopfstütze sowie die speziell ausgearbeitete Lordosenstütze bieten ideale Unterstützung für Ihren Nacken- und Rückenbereich. Zugleich laden diese zwischendurch zum Entspannen ein. Mit dem Hebel rechts hinten unter der Sitzfläche lässt sich stufenlos die Sitzhöhe des Stuhls einstellen. Greifen Sie dazu den Hebel, wie hier zu sehen, und ziehen Sie ihn kräftig an. Be- oder entlasten Sie den Stuhl bei gezogenem Hebel, bis die gewünschte Sitzhöhe erreicht ist. Optimal ist es, wenn der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel ca. 90 Grad beträgt. Die WIP-Funktion wird ebenfalls mit diesem Hebel geregelt. Durch Ziehen des Hebels nach außen öffnen Sie die Neigeverstellung. In geöffneter Neigeverstellung folgt die Rückenlehne permanent ihrer individuellen Sitzposition. Durch Drücken des Hebels nach innen lässt sich die Lehne in der vordersten Position wieder arretieren. Zusätzlich lässt sich der Gegendruck der Rückenlehne über eine Federkrafteinstellung individuell regeln. Dieser Drehknopf befindet sich unter dem Sitz. Drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, um den Gegendruck zu verringern bzw. in die andere Richtung, um ihn zu erhöhen. Bei geöffneter Neigungsverstellung können Sie somit den optimalen Widerstand einstellen. Der Comfort Point 50 verfügt serienmäßig über Design-Ringarmlehnen. Dieser Stuhl ist serienmäßig mit sicherheitsgebremsten Rollen für weiche Böden, wie zum Beispiel Teppichböden, ausgestattet. Wenn Sie vom Stuhl aufstehen, werden die Rollen entlastet und dadurch automatisch gebremst. So kann der Stuhl nicht unbeabsichtigt wegrollen. Sollte der Stuhl auf harten Böden wie zum Beispiel Marmor oder Laminat eingesetzt werden, empfehlen wir Ihnen, spezielle Hartbodenrollen bei Ihrem Händler zu bestellen, um möglichen Schäden vorzubeugen. Zusätzlich empfehlen wir ebenfalls noch zum Schutz die Benutzung einer Bodenschutzmatte. Topstar ist ein modernes Familienunternehmen, das seit über 50 Jahren innovative Sitzlösungen in Deutschland entwickelt und produziert. Dies garantiert Ihnen höchste Qualität und eine verlässliche Produktsicherheit. Sollten Sie noch Fragen zu diesem Produkt haben, schicken Sie uns bitte einfach eine E-Mail an kundenservice-at-topstar.de. Wir helfen Ihnen gerne.